Willst du dich zu diesem Rückblenden? Fröhliche Ostereiersuche, Paw Patrol! Ich habe eine Ostereiersuche hier im Dschungel organisiert. Ist das nicht aufregend? Aber ein Adler hat sich meinen Korb geschnappt und jetzt können wir keine Ostereier suchen. Oh, mir ist ganz schwindelig. Bürgermeisterin Gutherz braucht wohl einen Rettungshund. Marshall, untersuche Bürgermeisterin Gutherz mit deiner Sanitäterausrüstung. Mal nachsehen. Gut gemacht. Oh, es geht mir schon viel besser. Vielen Dank, Paw Patrol. Aber wo sind die Ostereier? Keine Sorge, Bürgermeisterin Gutherz. Das ist ein Fall für die Paw Patrol. Fellfreunde, sucht nach den verschwundenen Ostereiern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut gemacht. Ihr habt alle Eier gefunden. Toll gemacht, Paw Patrol. Bürgermeisterin Gutherz braucht aber auch noch ihren Korb. Was hat der Adler wohl damit gemacht? Tracker, suche mit deinem Radarscanner die Bäume nach dem Korb ab. Ich bin ganz ohr. Gut gemacht. Gefunden. Der Korb ist da vorne, auf dem Baum. Skye, benutze deinen Haken, um den Korb vom Baum zu holen. Wähle einen Fett. Skye! Haken dran! Gut gemacht. Toll gemacht. Juhu! Bürgermeisterin Gutherz wird sich freuen. Jetzt bringen wir die Ostereier zu Bürgermeisterin Gutherz, Fellfreunde. Die Ostereiersuche kann beginnen. Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten. Postkarten. Gut gemacht. Meine Ostereier. Vielen Dank, Paw Patrol. Jetzt kann die Party richtig losgehen. Einsatz beendet. Fröhliches Halloween-Fell, Freunde. Habt ihr Lust auf ein bisschen Spuk? Ja, haben wir, Ryder. Aber guckt mal, alle Süßigkeiten sind weg. Oh nein! Hat jemand alle Süßigkeiten aufgegessen? Alles klar. Ob süß oder sauer, dieser Fall muss untersucht werden. Chase, versuche herauszuschnuppern, wohin die Süßigkeiten verschwunden sind. Wähle einen... Chase! Ich rieche hier etwas. Gut gemacht. Ich rieche Süßes. Die Spur der Süßigkeiten führt in diese Richtung. Zu einer... Riesenspinne? Hm. Das sieht verdächtig aus. Marshall, nimm dein Röntgengerät und sieh es dir genauer an. Wähle einen... Marshall! Mal nachsehen. Gut gemacht. Diese Riesenspinne steckt voller Süßigkeiten. Und... Da ist auch ein Bonbon in Form von Bürgermeister Besserwisser. Das ist kein Bonbon. Das ist wirklich Bürgermeister Besserwisser. Er benutzt diese riesige Spinnenmaschine, um alle Süßigkeiten aufzufuttern. Was wird wohl passieren, wenn wir ihr mehr Süßigkeiten bringen? Fellfreunde, sucht nach mehr Süßigkeiten. Das ist ein Bonbon. Gut gemacht. Das sind ganz schön viele Süßigkeiten. Mal sehen, ob die Riesenspinne Hunger hat. Gut gemacht. Was? Oh nein, meine ganzen Süßigkeiten. Ich glaube, die Spinne hat zu viele Süßigkeiten gefuttert. Und jetzt habe ich keine mehr. Rubble, sammle alle Süßigkeiten mit deiner Baggerschaufel auf. Rubble! Rubble ist der Retter! Gut gemacht. Ja, das ist ein Riesensüßigkeitenberg. Süßigkeiten für alle Fellfreunde. Fröhliches Halloween. Einsatz beendet. Willst du dich zu diesem Rückblende-Einsatz teleportieren? Viel Spaß auf dem Sommerfest, Paw Patrol. Ich freu mich so. Dieses Feuerwerk wird strahlen und leuchten. Ich bin so aufgeregt. Und du bist auch ganz aufgeregt. Stimmt's, meine süße Henrietta? Es gibt nur ein kleines Problem. Als ich die Feuerwerkskiste geöffnet habe, waren all diese Ferkel drin. Jetzt laufen sie überall herum. Wir können das Feuerwerk erst starten, wenn sie alle in Sicherheit. Und wieder bei Bäuerin Juni sind. Könnt ihr sie bitte suchen, Paw Patrol? Und benutze Sumas Fahrzeug auf dem Wasser. Und benutze Sumas Fahrzeug auf dem Wasser. Gut gemacht. Ferkelchen, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Everest, nehmen Sie mit zu Bäuerin Juni. Fehler! Everest! Ich liebe Rettungsaktionen. Alle Ferkel sind gesund und munter. Jetzt kümmern wir uns um das verschwundene Feuerwerk. Da! Da ist eine Kiste im Meer. Zuma, zieh es mit deinem Rettungsring ans Ufer. Fehler! Zuma! Achtung, Rettungsring! Gut gemacht. Es ist die verschwundene Feuerwerkskiste. Gut gemacht, Zuma. Bringen wir das Feuerwerk zu Bürgermeisterin Gutherz. Du hast einen neuen Fahrzeug. Wähle einen Feldrollen. Feldrollen. Kostbundemarkt. Ihr habt das verschwundene Feuerwerk gefunden. Vielen Dank. Gut gemacht. Oh nein, da ist ein Loch im Boden. Das Feuerwerk ist immer noch weg. Es muss hier irgendwo am Ufer herausgefallen sein. Wir müssen es finden, Feldfreunde. Sammelt alle Feuerwerkskörper ein, damit die Party anfangen kann. Gut gemacht. Gut gemacht. Und jetzt kann das Sommerfest beginnen. Lasst uns die Feuerwerkskörper für das Feuerwerk sortieren. Gut gemacht. Danke, 4 Patrol. Der Tag ist gerettet. Ein fröhliches Sommerfest für alle. Einsatz beendet. Willst du dich zu diesem Rückblende-Einsatz teleportieren? Fröhliche Weihnachten, Feldfreunde. Morgen kommt der Weihnachtsmann und bringt allen Geschenke. Ui, ui, ui. Ich bin ja so aufgeregt. Oh nein, auf dieser Karte sind alle Lieferungen des Weihnachtsmanns eingezeichnet. Eins seiner Helferlein muss die Karte zurückgelassen haben. Und ein paar Teile der Karte scheinen zu fehlen. Ohne seine Karte kann der Weihnachtsmann nicht alle Geschenke ausliefern. Vor Patrol, wir müssen die fehlenden Teile finden und Weihnachten retten. Ich bin ja so aufgeregt. Gut gemacht. Jetzt haben wir alle Teile der Karte und können sie wieder zusammensetzen. Rocky, füge die Teile der Karte zusammen. Wähle Rocky. Nicht verschwenden, wieder verwenden. Gut gemacht. Die Karte ist so gut wie neu. Toll, jetzt müssen wir sie nur noch an den Weihnachtsmann schicken. Und Weihnachten ist gerettet. Oh nein, der Briefkasten ist eingeschneit. Rubble, versuche den Schnee mit deiner Schaufel wegzuräumen. Rubble. Schaufel los. Gut gemacht. Hurra, Weihnachten ist gerettet. Bravo, gut gemacht, Rubble. Jetzt wollen wir helfen, die Stadt zu schmücken. Marshall, benutze deine Leiter, um den Weihnachtsschmuck aufzuhängen. Das wird der beste Weihnachtsbaum aller Zeiten. Wähler. F. Tiff. Marshall. Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Ich bin der Rump, 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 Rattungshund. Brot gemacht. Wow, dieser Baum ist pfotenstark. Die Dekoration sieht toll aus, Marshall. Jetzt kommt der Weihnachtsstern. Sky, benutze deinen Haken, um den Stern an der Baumspitze aufzuhängen. Bill. Everett. Sky. Haken dran. Gut gemacht. Gut gemacht, Paw Patrol. Jetzt kann Weihnachten kommen. Woo. Der Baum sieht fantastisch aus. Ich kann es kaum erwarten, die Geschenke auszupacken. Einsatz beendet.